Ja, interessante Informationen, die gerade für Dieselfahrer wichtig sind. Einer, der uns noch mehr Details über den Frostschutz im Sprit geben kann, ist mein heutiger Studiogast, Stefan Kerbel. Hallo Stefan, danke fürs Kommen. Wir haben gerade im Beitrag gehört, dass der Winterdiesel das Ausflocken der Paraffine reduzieren kann. Kann es jetzt bei langen Stehzeiten und bei niedrigen Temperaturen trotzdem zu so einer sogenannten Ausflockung kommen? Ja, und zwar nicht nur durch die lange Stehzeit, sondern man darf eines nicht vergessen, das Paraffin ist immer noch im Kraftstoff drin. Und diese Ausflockung setzt bereits ab minus 6 bis minus 8 Grad ein. Das heißt, diese minus 22, die für den Winterdiesel angegeben werden, da ist halt schon alles fest. Die ersten Flocken zeigen sich aber schon recht früh. Und das schwebt halt so im Tank herum wie das Fruchtfleisch in einem Orangensaft. So kann man sich das etwa vorstellen. Und wenn man jetzt startet, wird das natürlich einmal zum Kraftstofffilter hingespült und bleibt dort hängen. Wenn man lang genug fährt, ist das eh kein Problem. Nur wenn man nur Kurzstrecken fährt, bleibt das dort. Und beim nächsten Mal starten, spült es dann wieder Paraffinflocken dorthin, bis irgendwann einmal der Filter zu ist. Und dann springt man das Auto genauso nicht an wie bei minus 20 oder minus 25 Grad. Kann man jetzt persönlich irgendwas gegen diese Flockenbildung tun? Man könnte natürlich viel fahren. Ich meine, es ist die Frage, ob das gescheit ist, wenn man einen kurzen Weg nur hat, dass man dann extra Umwege fährt. Es würde schon genügen, einmal pro Woche oder alle paar Tage mal eine größere Fahrt zu unternehmen. Weil wenn das Fahrzeug auf Betriebstemperatur kommt, kommt auch der Kraftstoff auf eine höhere Temperatur. Und diese Paraffinflockenbildung ist reversibel. Das ist umkehrbar. Sobald der Kraftstoff warm wird, ist das Problem gelöst. Auf der anderen Seite wird niemand jetzt freiwillig Umwege fahren. Es bringt auch nichts, irgendwelche Fließverbesserer noch mehr dazu zu lernen. Die einzige Chance wäre halt, den Premiumkraftstoff zu tanken. Du leitest jetzt gerade zu meiner nächsten Frage über. Es gibt ja diesen gesetzlich vorgeschriebenen Winterdiesel und den Premiumkraftstoff. Wo liegt da gerade der Unterschied? Man könnte ja meinen, dass das eine Mogelpackung ist. Sehr oft sind teurere Produkte nicht wirklich besser, sondern existieren halt nur aus Marketinggründen. Aus diesem Verdacht heraus haben wir uns diese Kraftstoffe schon vor mehreren Jahren mal angesehen. Und es ist tatsächlich so, dass bei den Premium-Dieselsorten dieses Paraffin, der entfernt wird eigentlich in einem weiteren Verfahrensschritt und durch eine Ersatzsubstanz ersetzt wird, die tieftemperaturtauglich ist. Man könnte diesen Diesel auch Arctic-Diesel nennen. In den nordischen Ländern wird der auch verwendet. Hier bilden sich diese Paraffin-Flocken, die ja fast nicht mehr vorhanden sind, erst bei minus 20 Grad. Das heißt, man hat einmal garantiert, bis minus 20 Grad überhaupt kein Problem. Der Motor startet dann so wie ein Benzinmotor auch. Nur auf die Batterie muss man natürlich trotzdem achten. Und wenn die Batterie schwach ist, springt mir auch der Dieselmotor mit dem besten Kraftstoff drin nicht an. Das heißt, der Premium-Diesel wäre eine gute Alternative für Kurzstreckenfahrer? Das ist richtig. Er kostet zwar mehr, nur das Herumfahren, das Sinnlose, kostet auch mehr. Und für die Umwelt ist es sicherlich besser, nur die nötigsten Strecken zu fahren und den besseren Kraftstoff drin zu haben. Stefan, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen zum Thema Winterdiesel. Gerne. Wir wünschen Ihnen noch eine gute und sichere Fahrt durch den Winter. Ciao.